Jetzt machen wir mal ein paar Bilder. Was sagst du dazu? Au! Kannst du singen? Ja! Wollen wir singen? Au! Au! Ja! Kannst du mal richtig sing sing? Au! 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 Bist du am Üben? Hast du ne Band? Ne Knochenband? Mit ganz viel Keksen am Schlagzeug? Machen die dann alle sing sing? Au! 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 Und du bist die Sängerin? Au! 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 Bist du der Hauptact? Bist du Newcomer? Weißt du was Newcomer ist? Wenn man dich noch gar nicht kennt und du dann auf einmal auf dem Markt bist? Mit Musik? Machst du Musik? Machst du da auch immer sing sing? Viel sing sing? Au! 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 Ist auch viel Arbeit sing sing, ne? Oh, Handy! Ich mach da mal aus, gell? Guck guck! Tschüss! Au! Au! Danke! Danke für das kleine süße Interview! Au! Tschüss! Danke! Danke! 의 frame imate sc lets Early Kryab